Okay, nochmal ganz von vorn. Die Marry Me Konzert-Tournee sollte man auf gar keinen Fall verpassen. In 36 Stunden werden Superstar Cat Valdez und Grammy-Preisträger Bastian ihr neuen Song Marry Me vorstellen und sich vor einem Streaming-Publikum von 20 Millionen Menschen das Ja-Wort geben. Wir sehen uns mal wieder. Ich bin die mit dem Schleier. Charlie, die Gelegenheit kommt nie wieder. Ich hab meine Tochter heute Abend. Gut, ich hab drei Tickets für heute Abend. Bring sie mit. Dad, du hast keinen Spaß mehr gehabt, seit Mom weg ist. Sag schon ja. Heirate mich, Cat! Was mach ich eigentlich hier? Okay, los jetzt. Wir haben nur noch fünf Minuten. Was sehen die sich denn da alle an? Gar nichts. Gib mir dein Handy. Cat Valdez, künftiger Ehemann Bastian, wurde in Flagranti mit ihrer Assistentin erwischt. Wir lieben dich, Cat! Halt mal. Ich habe gehört, dass 20 Millionen Menschen uns zusehen wollen, wenn wir uns das Ja-Wort geben. Man sagt, wenn man etwas anderes will, muss man auch etwas anderes tun. Wieso nicht? Ja. Ich werde dich heiraten. Dich. Geh! Geh! Na, geh schon! Geh! 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 Willst du, wer du auch bist, Cat zu deiner rechtmäßig angetrauten Ehefrau nehmen? Okay. Das war völlig irre. Cat Valdez hat ihren Konzerttypen verlassen und ihren Oberfahrer geheiratet. Das ist eine verrückte Situation. Ich schlage vor, wir bieten ihm 5000 und lassen Gras über alles wachsen. Oder ich bleibe mit ihm verheiratet. Ich habe gestern was angefangen und wenn ich einen Rückzieher mache, denken alle, ich spinne. Wir müssen da durch. Wie geht's? Hi. Oh. Okay. Es sind drei Monate. Ich kenne sie überhaupt nicht. Wir beide haben das getan. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen da zusammen durch. Wir müssen die Magie des Augenblicks nutzen. Ich will keine Witzfigur sein. Was soll ich machen? Nur dastehen und lächeln. Das ist das Unglaublichste, was einem im Leben überhaupt passieren kann. 237.000 Leute finden gerade, dass er aussieht wie aus einem Mathe-Club. Ich bin in einem Mathe-Club. Weißt du, mit euch hatte ich heute das Gefühl, ganz normal zu sein. Komm mit mir auf die Herbstabschluss-Sause. Lädst du mich gerade zum Schulball ein? Ich kann dir auch einen Zettel in den Spind werfen. Ruf mich an, wenn du einsam bist. Hallo? Ich bin einsam. Hast du Angst, sie verliebt sich wieder in Bastion und verlässt dich? Davor habe ich auch Angst. Machen wir uns nichts vor. Ich passe da nicht rein. Ist das klug? Klug haben wir vor sechs Wochen abgehakt. Wer glaubst du denn bist du, Mann? Nur irgendein Fan. Nein, ich bin kein Fan. Das heißt, naja, jetzt bin ich einer. Du bist du, Mann. Ich bin kein Fan. Du bist du, Mann. Vielen Dank.